Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Unser Kader soll im Winter verstärkt werden und auch wenn die Stürmerposition nicht die oberste Priorität genießt, gibt es nun ein durchaus interessantes Gerücht. Denn wenn man im Tabellenkeller steht, kann es natürlich erst recht nicht schaden, Spiele an Bord zu holen, die die Bundesliga schon kennen. Und weil wir natürlich auch nicht wirklich viel Kohle haben, macht dann ein Leihgeschäft erst recht Sinn. Und dort bringt nun die Wolfsburger Allgemeine Zeitung Luka Waldschmidt ins Spiel. Denn der ehemalige deutsche Nationalspieler spielt aktuell bei Wolfsburg und Anika Kovac nahezu keine Rolle mehr. Und da er aber noch einen langfristigen Vertrag beim VfL-Besitz bis 2025 und dieser auch durchaus gut bezahlt wird, ist im Winter wohl auch aus Wolfsburger Sicht logisch, dass nur ein Leihgeschäft möglich ist, weil es eben wahrscheinlich keine Vereine geben wird, die da wirklich viel Geld in die Hand nehmen. Und Schalke gilt wohl dort auch als potenzieller Abnehmer laut der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Und das finde ich ist durchaus interessant. Luka Waldschmidt hatte ja seine beste Zeit beim SC Freiburg, wo er in der Doppelspitze sehr, sehr gut funktioniert hat. Ist er jetzt auch nicht dieser große, stämmige Stürmer oder so, sondern dann doch schon eher der spielerisch starke Stürmer. Und ich glaube, allein deswegen kann er uns durchaus helfen. Wenn man ihn jetzt bei uns irgendwie als Flügelspieler holen würde, dann würde ich es schon wieder kritisch sehen. Aber hätte man die Option, neben einem Flügelspieler auch noch Luka Waldschmidt vom VfL Wolfsburg kostengünstig auszuleihen, dann wäre es durchaus blöde, sich das nicht mal zumindest durch den Kopf gehen zu lassen. Waldschmidt ist technisch unglaublich stark, hat eben auch ein gutes Tempo, sehr beweglich auch am Ball, kann sowohl alleinige Spitze spielen, zweite Spitze, hängende Spitze wie auch Zehner und ist eben im Winter verfügbar. Stand gerade mal in sechs von den 14 möglichen Bundesligaspielen auf dem Platz, aber naht es auch immer nur als Joker. Deswegen ist ein Abgang im Winter auch realistisch eine Laie umso mehr. Und sollten wir dort eine Chance haben, ihn für ein halbes Jahr zum Beispiel auszuleihen und einfach nochmal eine weitere Option im Sturm zu haben, dann würde ich das auf jeden Fall machen, aber eben nur, wenn man daneben noch einen weiteren Flügelspieler sich holen wird. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.